Hallo und herzlich willkommen zurück bei Schnelltipps. Heute bei Steam. Ja, über Steam kann man auch kostenlose Spiele spielen. Da geht ihr einfach auf Spiele kostenlos spielbar und dann habt ihr hier eine ganze Liste mit kostenlosen Spielen. Da sind auch echt gute Spiele dabei, die richtig Spaß machen. Hier an den Seiten könnt ihr natürlich auf Action, Indie, Abenteuerstrategie, RPG euch auslegen, irgendwas Bestelltes, bestimmtes suchen. Macht ja Action, kommen nur Action-Sachen. Und dann gibt es noch hier unten Kategorie Einzelspieler, Multispieler, Koop und, und, und. Also ist auch eine ganz gute Seite zu empfehlen, wenn ihr schon Steam habt. Und falls nicht, dann, äh, falls ihr keine Lust habt, auf dem Browser irgendwo was runterzuziehen, bei Steam ist es auf jeden Fall sicher. Da gibt es auch noch beliebteste und, ach, da kann man hier ein Ranking, da gibt es jede Menge. Und die sind auch gar nicht so schlecht, die Spiele. Es lohnt sich auf jeden Fall mal hier durchzuschauen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Das war wieder ein Schnelltipp. Bis dann, euer Ivano. Ciao!